Mal was in den Raum schmeißen, das finde ich auch doof. Viele Leute sagen, ah, das ist eine schlechte Arbeit. Die gar nicht beurteilen können, wie war der Haarstatus vorher von mir. Die haben zu mir gesagt, deine Haarlinie ist schlecht, du hast nicht die Dichte. Die wissen aber gar nichts von meinem ursprünglichen Zustand. Oder ich werde auch nicht aussehen wie der. Oder der wird nicht aussehen wie der. Weil jeder Mensch hat eine andere Grundlage. Und es liegt am Arzt, das zu beurteilen. Oder an der Ärztin, das zu beurteilen. Und aus deinem Kopf, aus deinen Haaren, das Beste rauszuholen. Salud meine haarigen Freunde und die, alle, die es werden wollen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Frankys Haartransplantation in Istanbul. Also, heute befasse ich mich mit einem wichtigen Thema. Und zwar, glaube ich, ist es ein Thema, was uns alle interessiert. Hoffe ich, ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Und zwar das Thema Dichte der Haare und wie viele Grafts müssen verpflanzt werden. Warum bekommen manche Leute 4.000 in die Geheimatzecken? Und warum bekommen manche Leute 4.000 auf den ganzen Kopf? Und das reicht auch. Das Thema beantworte ich euch. So, da bin ich. Hallöchen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, es geht um das Thema Geheimatzecken. Und es geht um das Thema Anzahl und Dichte der Grafts. Manche Leute sagen, und das ist mir letztes Mal aufgefallen, ein Bekannter von mir macht jetzt auch ein Teil der Haartransplantation. Auch ein bisschen aufgrund meiner Videos oder meines Haarstatuses, wie das alles da abgelaufen ist. Was ich auch total cool finde. Und zwar, da sagte der Arzt, er müsste haben 4.000 Grafts in die Geheimatzecken. Und dann kam er dann zu mir und dann sagte er, ja Mann, Franky, warum kriege ich in den Geheimatzecken 4.000 Grafts? Du hast ja in den ganzen Kopf so ungefähr 4.000 bekommen. Also in der ersten Sitzung wohlgemerkt, in der zweiten Sitzung dann. Oder 3.7 habe ich bekommen. Oder in der zweiten Sitzung werde ich dann wahrscheinlich nochmal so 3.000 kriegen für den hinteren Bereich. Und die Frage möchte ich euch beantworten, die ist echt einfach. Wenn ein Mensch nur Geheimratzecken hat, dann sagt uns das doch schon, dass der obere Kopfbereich oft ganz schön voll ist mit Haaren. Also das heißt, er hat nur Geheimratzecken aufzufüllen und hier oben ist gar kein Ausfall bei dem Mann passiert. Dann hat er natürlich eine extreme Haardichte hier oben. Weil da sind ja nicht die Haare wie bei mir Lichte, sondern bei mir war ja der ganze Oberkopf Lichte. Deshalb sagt der Arzt, wir müssen 4.000 Grafts in die Geheimratzecken auffüllen, damit wir die gleiche Haardichte erreichen, die wir auch auf dem Kopf haben. Es würde ja doof aussehen, wenn wir eine Haardichte in den Geheimratzecken hätten, die extrem dicht ist, sage ich mal, und der Oberkopf ist extrem undicht. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen natürlich, oder der Doktor oder der Arzt, und daran sieht man dann auch natürlich einen guten Arzt oder Ärztin, der sagt, ja, wir müssen mit 4.000 Grafts arbeiten in ihren Geheimratzecken, damit wir den Haarstatus und die Haardichte ihres Oberkopfes erreichen. Es würde ja blöd aussehen, wenn wir hier nur 1.000 reinsetzen und der Oberkopf ist dicht wie Hupe. Dann guckt man bis hier durch, ja, und hier oben ist alles total dicht. Würde auch nicht gut aussehen. Und genauso ist es auch, wenn zum Beispiel ein Frank dahin kommt und die sagen, ja, wir verpflanzen ihn 3.600 oder 700 Grafts in den vorderen Bereich rein, so, und dann ist da hinten noch Lichter, und dann setzen wir da nochmal 3.000 rein, dann habe ich generell zwar lichteres Haar, also ich habe nicht die Dichte wie ein anderer Mensch zum Beispiel, der vielleicht am Oberkopf wie so dicht ist, aber das ist nicht schlimm. Wichtig ist die allgemeine Dichte des Kopfs, dass die allgemeine Dichte einfach passt. Darum geht es. Man kann ja nicht immer dicht, 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 dichter machen, weil der Spenderbereich ist ja auch begrenzt. Ja, wir können einmal rausnehmen, wir können zweimal rausnehmen, bei guten Leuten kann man dreieinhalbmal rausnehmen, entschuldigt, rausnehmen. Und das kann man bei mir zum Beispiel nicht, bei mir kann man nur zweimal rausnehmen und dann muss man zusehen, dass ich eine gesunde, gute Haardichte erziele. Deswegen verstehe ich auch manche Leute nicht, die immer nicht sagen, ah, deine Arbeit ist schlecht geworden oder du hast das da gemacht bei einem Billiganbieter, du hast das in der Türkei gemacht. Ich werde dir mal sagen, da haben wir ja auch so Special-Forum, wo die Leute manchmal auch so Sachen schreiben, die haben mir dann zu mir gesagt, deine Haarlinie ist schlecht, du hast nicht die Dichte. Die wissen aber gar nichts von meinem ursprünglichen Zustand. Also nehmen wir doch mal an, da kommt einer an mit einer Vollglatze. So, und der kriegt zwei Transplantationen, gegebenenfalls vielleicht mit viel Glück eine dritte Transplantation, dann kriegt er eine Haardichte, die natürlich nie so dicht sein wird, wie bei einem vielleicht, der vorher die Haare nur in den Geheimatzeichen hatte. Aber generell bekommt er eine Dichte und zwar eine gleichmäßige Dichte und er würde sagen, boah, ich bin zufrieden. Ein anderer würde sagen, boah, das ist aber schlecht gemacht, weil er gar nicht die Grundlage weiß. Deswegen sind Haartransplantationen so individuell, die sind einfach verschieden, von Mensch zu Mensch. Und das ist genau das, worum es hier geht. Und das verstehe ich nicht. Manche Leute sagen, boah, das ist aber keine tolle Transplantation, wissen aber gar nicht, aus welchem Status der Mensch gekommen ist. Ja, wenn irgendeiner ankommt, der sieht aus wie Elvis und sagt, ich hatte eine Haartransplantation, dann heißt das gleich, oh, boah, hast du das machen lassen? Das will ich auch machen. Das sieht toll aus, das sieht gut aus, das will ich auch. So, da kommt da einer an mit so einem Streichholzkopfschädel und erwartet genauso auszusehen wie er. Aber das geht leider nicht. Ihr werdet nie so aussehen wie ich. Oder ich werde nie so aussehen wie Elvis. Oder ich werde auch nicht aussehen wie der. Oder der wird nicht aussehen wie der. Weil jeder Mensch hat eine andere Grundlage. Und es liegt am Arzt, das zu beurteilen oder an der Ärztin, das zu beurteilen und aus deinem Kopf, aus deinen Haaren das Beste rauszuholen. Und auch mit der Haarlinie, Freunde. Ich hatte letztes Mal ein Thema. Ich weiß, wir weichen gerade ein bisschen ab. Ich hatte letztes Mal zum Beispiel ein Thema gehabt mit jemandem, der sagte, ja, meine Haarlinie, die gefällt mir nicht so. Das sieht so geschwungen aus. Ich hätte sie doch lieber gerade nehmen sollen. Nein, falsch. Vertraut den Ärzten. Die Ärztin, die da sitzt, die mit dir die Haarlinie bespricht und die dann sagt, mach mal lieber ein bisschen geschwungen. Das schmeichelt deinem Gesicht. Das schmeichelt deinen Kopf. Und ihr sagt dann nach vier, fünf, sechs Monaten, mir gefällt die Haarlinie nicht. Wartet ab. Die Haare wachsen doch bis zwölf, 15 Monate. Warten wir doch erstmal ab. Man sagt immer, die Toten zählt mal nach der Schlacht. Also wartet ab. Ich weiß, es nervt. Es ist nervig. Es ist pissig. Es ist kacke. Aber wir müssen einfach abwarten, um eine gewisse Objektivität zu erreichen. Objektiv zu sein und zu sagen, boah, das ist was Ende Ergebnis, das gefällt mir. Danach kann ich immer noch sagen, ich bin ein bisschen unglücklich mit der A-Linie, vielleicht lasse ich es nochmal nacharbeiten. Das ist ja kein Problem. Aber generell wartet einfach ab und nicht immer was in den Raum schmeißen. Das finde ich auch doof. Viele Leute sagen, ah, das ist eine schlechte Arbeit. Die gar nicht beurteilen können, wie war der Haarstatus vorher von dem Mann. Ja, einer, wie gesagt, der sich nur die Ecken auffüllen lässt oder den Oberkopf eigentlich gut hat, der wird immer ein besseres Ergebnis erzielen mit 4000 oder 6000 Drafts, nur im vorderen Bereich, als einer, der den ganzen Kopf gemacht haben muss. Der braucht zwei Transplantationen und sieht immer noch nicht so dicht aus wie der andere. Deswegen, bevor ihr urteilt über die Haartransplantation, müsst ihr immer sagen, hey, zeig mir doch mal Bilder vorher. Wie war denn deine Grundlage? Aber die meisten Leute, die wirklich eine Haartransplantation gemacht haben, die wissen das auch. Das sind nicht manche Leute in Foren, die dann sagen, ah, das ist schlecht, das ist dies, das ist das. Oft sind es Leute, die haben noch nie eine Transplantation gesehen, die haben noch nie eine Klinik gesehen von innen, aber es wird erstmal alles schlecht gemacht. Viele sind auch in den Foren und machen es dann schlecht. Sorry, dass ich das mal so sage, aber viele machen es in den Foren dann auch schlecht, weil sie dann sagen, oder ein Problem damit haben, dass du vielleicht ein besseres Ergebnis hast für 2.500 Euro, als er vielleicht in einem anderen Land für 10.000 Euro. Dann kommen sie damit nicht klar. Und dann sagen sie, hey, ist eh alles scheiße da, dort und hier. Lasst euch nicht bequatschen. Ich sage euch nur so viel als abschließenden Satz nochmal. Die Grundlage muss man kennen. Vertraut dem Arzt. Die Dichte des Kopfes muss auch zu der transplantierten Dichte passen. Vertraut einfach, was der Arzt oder der Arzt sagt, oder sprecht sie auch drauf an. Kriegen wir die Dichte hin, die wir da haben. Natürlich würde ich jetzt auch gerne hier hinten die Dichte von vorne erreichen. Und das werde ich auch natürlich mit der Ärztin abklären oder mit dem Arzt oder mit dem Dolmetscher besprechen. Und werde sagen, Mensch, kriegen wir das noch hin? Und wenn die dann sagen, ja, natürlich, wir arbeiten da dran, dann müssen wir gucken. Also wie gesagt, das ist halt immer ein Abwarten. Und ich bin gespannt. Wie gesagt, mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Ich hoffe, dass ihr das verstanden habt, was ich damit sagen will. Die Haardichte muss auf dem kompletten Kopf einfach passen. Darum geht es einfach. Und ich hoffe, dass ich euch da ein bisschen helfen konnte und auch mal die Augen geöffnet habe. Also man muss immer die Vorherbilder sehen, bevor man urteilt über einen anderen, über das Nachher-Ergebnis urteilt. Freunde, bleibt am Kanal. Ich freue mich jedes Mal für einen Daumen hoch, auch wenn ihr immer wieder einschaltet. Danke, dass ihr immer dabei seid, dass ihr auch so treu dran seid. Ey, finde ich total cool. Äh, noch mal ein kleines Ding. Ihr wisst, ne, unsere Facebook-Gruppe Haartransplantation, Erfahrung und Austausch. Bei Facebook sind wir mittlerweile über 700 Mitglieder. Wir faxen täglich um 5, 6 Mitglieder. Finde ich total cool. Und die Gruppe ist auch alles andere als langweilig. Ich glaube, wir haben im Durchschnitt 10 Post am Tag oder 5 oder so am Tag. Die Gruppe ist richtig cool. Es sind richtig geile Leute da. Und wenn ihr euch wirklich informieren wollt bei Fachleuten oder Leuten, die wirklich Erfahrung haben, die alle eine HT hatten oder kurz davor sind, kommt in die Gruppe. Erkunde ich euch da. Das kostet euch keinen Cent. Genau wie dieser YouTube-Kanal euch keinen Cent kostet. Bringt mir ja leider auch keinen Cent Geld. Aber das ist scheißegal. Bleibt am Kanal. Abonnieren nicht vergessen. Ich freue mich auf euch. Und das nächste Thema, was wir behandeln, ist wahrscheinlich dann, ähm, ich weiß nicht. Überlege ich mir gleich. Bleibt am Kanal. Ich zähle auf euch. Bis zum nächsten Mal.